das war ein Bär zu sein als so um wie es jetzt ist beziehungsweise so weit um wie es jetzt angezeigt wird scheiß auch ein Berg zu sein da ich kann es einfach so aber doch im Wald meine gibt es uns nichts irgendwann durften rechts S Zelle Lektor kommen neuner bis zu weit da ist das auch durch heißt der Kurs ich habe es über eine Rante wird wenn die Entfernung für mich kleiner aussieht dann freue ich mich heute gibt es neuner bis zu das hat sich fängt gehabt so ist darauf angeblich schon wieder so wir haben schon 0 Dates überlebt Das ist wenig Aber verständlich Weil wir sind ja Vorhin erst gespawnt Aber Dates and Overwatch Kommt mir eher so vor Als wenn hier alle freiwillig wären Ähm Okay Das verwirrt mich Ich hätte gehofft einen Reifen zu treffen Hatte ich ehrlich gehofft Muss ich zugeben Damit Der vielleicht ausstrecklich dann töten kann Ja vielleicht nicht die beste Idee aber Warum denn nicht Das ist nicht staubig ey Da musst du aufpassen Das ist einfach brauche Oh oh Und ich hasse dieses Visier Da ist er Getroffen Verbisst er sich jetzt Ja Was ist ein Lappen ne Wird getroffen und verpisst dich sofort ey Der denkt er ist toll aber verpisst dich dann einfach man Mal ganz erst Was ist das denn für ein Lappen Ne Ich will schon angeben Hier ich hab hab mich mit geschützt oben drauf Ich bin der Babo Oh nein Jemand der grad gespawnt ist mit einer MP5 Tötet mich vielleicht Ich muss abhauen weil ich schlecht bin Boah Was im Ernst war Was ein Kackloob man Ist so Kann mir keiner sagen dass das nicht nubig ist Einfach abzuhauen wenn man denkt Oh nein jemand der grad gespawnt ist und keine Ausrüstung hat könnte mich versiegen Hallo Naja also Wenn er das denkt da muss der entweder Dumm sein oder extremst schlecht Also wie der aussah hat er eine gute Ausrüstung Oder warum ist er nicht einfach in Familiengeschütz rein und hat mich abgeknallt Sekunde Ergibt kein Sinn Ergibt einfach kein Sinn Funde mich ja schon dass er überhaupt auch gehalten ist oder ausgestiegen ist um sich hier Ne Mit mir anzulegen Spin ich der Babo Komm mit C auf jeden Fall Das ist auch noch zwei Kilometer Wasser muss ich TZ runter Äh TZ TS runter Was Wer muss ich bitte TS runterladen Boah Ich hätte dennoch wieder herren müssen und du Du Schreien müssen So du du So um Ähm Direct communication So ist irgendwas zum Ähm Reingehen Die Kürre das lohnt sich nicht Jetzt hab ich da wegen dem Wichser für Schuss verbraucht, ne Zehn Schuss, ey Wichser, der sich einfach verpisst Dafür dann jetzt die Badage weniger und weniger Blut Vielleicht sogar ein Blatt weg weniger wenn er sich verratzt hat Ich hab auf jeden Fall getroffen, das habt ihr ja gesehen Erstens, hätte ich ihn nicht getroffen Wäre er viel schneller weggegangen Weil er hat sich noch veranschiert und Zweitens, ich hab das Blut gesehen Und drittens, hätte ich ihn nicht getroffen, wäre wahrscheinlich gar nicht abgehauen Was ist das denn? Bumm, ist kaputt Wo muss ich nochmal hin? Kurz hier so Wer das am Rand ist, dann kann ich das nochmal besser erkennen So Den will ich jetzt auch wahrscheinlich bald abhängen Durch die Bäume Durch Steigungen Steigung ist dann nämlich wesentlich schneller als Zombies Das ist, was jetzt Zombies können nicht blicken, wenn man da durchläuft Ich muss erst selber durchlaufen und dann einen wieder hinterher rennen Wenn sie ein 10 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 Ich dachte schon, ich hab mir abgehängt Ich dachte schon, ich hab mir abgehängt Ich meine, es ist ja okay, wenn man so im Zeitschritt was abklärt So, hey, kann ich ein abholen, ich hab kein Fahrzeug oder so Ähm Ne, aber Nicht zusammenspielen Aus dem Server mit so vielen Leuten Mit so mit drei Leuten, dann geht das vielleicht noch, aber sonst Die ist echt nix, ne Das ist hinten was Ich glaub schon Oder nicht